Für manche ist es Schweiß. Für uns das Produkt harter Arbeit. Für manche ist es Schmutz. Für uns ein Zeichen von Fortschritt. Während es für einige ein Stück Papier ist, ist es für uns ein Blick in die Zukunft. Und während es für andere eine Baustelle ist, ist es für uns der Beginn von etwas Großartigem. Aber was genau steckt hinter diesen Menschen? Dieser Jacke und diesen Händen? Sie bewegen Großes, beherrschen das Feuer, reißen Mauern ein und erschaffen Neues. Sie alle verbessern die Zukunft, verwandeln Träume in Pläne und Wünsche in Wirklichkeit. Gemeinsam schaffen sie aus der Technik von heute die Möglichkeiten von morgen. Und du? Komm ins Team, verwirkliche dich und werde Teil von etwas Großem. Sei dabei. Sei ein Held. Gemeinsam bei HGZ. 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 HGZ.